schaut euch die aussicht an hier von medina sidonia das händen die kleine stadt ihr seht das ist ja und da unten wird ein schwerer gang mein vater meine drei onkel und drei besuchen wie hier gestorben sind nach dem Friedhof werde ich euch auch ein paar kleine videos zeigen ja und so sieht sie aus auf lebenszeit bleiben die verstorbenen hier und jetzt habe ich das nächste problem das grab meines vaters meiner drei onkel meine drei tanten sowie meines opas und meiner oma hier zu finden der Friedhof ist sehr groß gibt immer hier zu laufen aber ich werde meinen vater finden dann gibt es auch gleich ein video dazu ich werde meinen vater Untertitelung des ZDF, 2020